Yes! Ich stehe da vorne! Ja! Doch genau! Aufhören! Raus! Raus! Siebzig Jahre! Ihr seid ihr Eltern! Türen die Vergasch! Aufhören! Ich lebe schon die Karte auf! Superkohle auf dem Pool! Sehr, sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Ich bin... Montfred ist mein Name! M-O-M-P-F-R-E-D-M... Montfred Ottoglava! Ich spuck so viel, dass ihr froh seid, wenn ihr in der ersten Reihe habt und abnimmt. Ich bin so nass. Ich bin so aggressiv. Ich habe eine Tablette abgesetzt. Mokfred, ist mein Name. Mokfred. Mokfred. All die Arsch. Mokfred, genau. Mein Beruf ist Hausbüchter. Hausmeister. Aber ich sage immer Hausmeister. Ich sage immer Hausmüchter. Seid ich es da rausgeguckt. Da gibt es so den Typ, der die Macht hat. Hausmüchter. Das Schwugel kommt von der scheiß Tablette von früher. Scheiß Ärzte packt. Die geht schnäzt immer aus Schwitzige. Kennen Sie mich? Oh Gott.